Tag 2 des Anschlags in Nairobi. Die kenianische Armee verstärkt ihre Truppen rund um das Einkaufszentrum. Aus dem Gebäude sind heftige Schusswechsel zu hören, Zeugen beobachten, wie zwei verwundete Soldaten abtransportiert werden. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Einigen Menschen, die noch im Einkaufszentrum waren, ist die Flucht gelungen. Diese Frau hatte sich unter einem Auto in der Tiefgarage versteckt. Ich habe meinen Mann angerufen, damit er die Soldaten schickt, um mich zu retten. Ich konnte ja nicht einfach rauslaufen, überall wurde geschossen. Begonnen hat der Albtraum gestern Mittag. Hunderte Menschen rennen in Panik auf die Straße. Maskierte Männer schießen in dem Gebäude um sich. Kunden und Angestellte werden von den Terroristen offenbar regelrecht hingerichtet. Das Einkaufszentrum ist ein beliebter Treffpunkt für wohlhabende Kenianer und im Land lebende Ausländer. Zu dem Anschlag bekannte sich die islamistische Shibab-Miliz. Man übe Vergeltung für die Beteiligung kenianischer Soldaten am Kampf gegen Islamisten in Somalia.